Namaste. Ich habe mir für diese Yogastunde überlegt, sie in ihrer Paxras etwas ruhiger zu gestalten, sodass wir Zeit finden können, Zeit zum Ankommen und Zeit zum Erden. Wir werden also in den Asanas, die wir praktizieren, das sind im Wesentlichen Asanas für die Beinmuskulatur, für die Beinrückseite, für die Dehnung der Beinrückseite, aber auch für die Mobilität der Hüftgelenke und Drehungen im Oberkörper werden wir auch erfahren. Wir werden für diese Yoga-Praxis etwas mehr Ruhe und Zeit finden und in diesen einzelnen Asanas auch verweilen. Und das möchte dir Raum schenken für dich selbst. Zum einen also das Äußere auch mal loszulassen mit den Geschehnissen, die uns umgeben und den Veränderungen, die die Zeit gerade mit sich bringt. Und wir die Aufmerksamkeit immer wieder in die Hand nehmen und sie schulen, dass sie nach innen in den Erfahrungsraum des Körpers eintaucht. Und dieses Feld der Erfahrung und Wahrnehmung einfach auch immer wieder schult. Die Yoga-Praxis wird im Wesentlichen aus sanften, dehnenden Haltungen sein. Und im Anschluss werden wir eine Atem-Praxis erfahren, werden eine gezellte Atmung probieren, die auch der Atmung mehr inneren Raum und innere Ruhe schenken kann und danach diese Stunde eine Meditation ausklingen lassen. Du brauchst Hilfsmittel für diese Stunde. Einerseits eine rutschfeste Unterlage unter dir, eine Yogamatte eventuell. Dann ein gutes, bequemes Sitzkissen und zwei Yoga-Blöcke oder etwas Vergleichbares. Und wir beginnen im Vierfüßler. Und dann komm hier an im Vierfüßler. Fläche die Finger auseinander. Bring die Zeigefingergrundgelenke in die Erde, aber auch die Außenkante der Hände. Lass die Daumen lang werden und drück die Daumengrundgelenke auch in die Unterlage nach unten. Und die Füße entweder lang ablegen oder aufstellen, je nachdem, was für die Knie am besten ist. Und jetzt komm bitte in den Katzenbuckel. Roll dich ein. Drück die Hände nach unten. Schieb die Flanken hoch. Roll den Blick nach hinten. Dann der Pferderücken. Tauch mit der Wirbelsäule nach unten ein. Gib den Blick nach vorn in die Welt. Drück die Hände nach unten in den Boden. Ausatmend in den Katzenbuckel einrollen. Einatmend zum Pferderücken strecken. Ganz in Ruhe ausatmen in den Katzenbuckel. Einatmend zum Pferderücken. Und nochmal bitte ausatmend zum Katzenbuckel fließen. Den Rücken weiten. Schaff auch Raum zwischen den Schulterblättern. Einatmend, komm zum Pferderücken. Drück in die Schulterblätter ein. Und heb ganz am Ende den Kopf. Bring den Blick nach vorn. Dann stell die Füße auf. Bleib ruhig in diesem Gefühl, dass du ein Hohlkreuz kreierst im Rückenbereich. Schieb dein Becken etwas zurück Richtung Fersen. Komm Richtung Oberschenkel. Und dann heb langsam dein Becken hoch in den abwärtsschauenden Hund. Lass die Knie gebeugt. Und probier dann nicht ganz die Möglichkeiten hier zu kommen. Also nicht ganz lang zu strecken. Nicht ganz in den Schultergürtel einzutauchen. Sondern erst einmal die Knie gebeugt lassen. Jetzt beginn dein Becken hoch zu schieben. Drück die Hände nach unten in den Boden. Mach die Flanken lang. Streck die Achseln. Komm ein bisschen höher mit den Sitzbeinen. Und dann probier ganz langsam eine Ferse tiefer zu senken. Ein Bein zu strecken. Kurz zu bleiben. Vergleich das eine mit dem anderen Bein. Und atme. Und komm zurück. Das Knie beugen. Die Ferse heben. Die andere Ferse langsam tiefer senken. Wobacht ihr, wie die Dehnung in der Rückseite entsteht. Und atme. Dann komm zurück. Beug das Knie. Heb beide Fersen hoch. Schieb wieder dein Becken weit nach hinten raus. Drück die Hände nach unten. Drück die Fingergrundgelenke in den Boden. Die Fingerkuppen. Zieh die Sitzbeine etwas höher. Und beginn langsam beide Fersen etwas tiefer zu senken. Es geht jetzt nicht darum, dass du beide Beine durchstreckst. Manchmal ist es am Anfang noch nicht möglich. Dann wird der Rücken rund, wenn du die Beine streckst. Wenn du spürst, der Rücken wird rund. Dann beug die Knie. Streck den Rücken nach hinten raus. Und beginn dann nochmal die Fersen etwas zu senken. Schieb die Innenseiten der Oberschenkel nach hinten. Und komm hier an. Erde dich nach unten. Über die Hände und die Füße. Tief einatmen. Den Rücken auffächern. Ausatmend. Erden. Einatmen. Rücken auffächern. Tief ausatmen. In die Dehnung erden. Einatmen. In den hohen Liegestutz. Ausatmen. Hier bleiben. Streck die Rückseite. Einatmen. Mach dich ganz lang zwischen Fersen und Scheitel. Ausatmen. Schieb dich zwischen den Schultern hoch. Einatmen. Tief ausatmen. In die Bauchlage wechseln. Knie, Brust, Bein, Becken senken. Einatmen. Eine kleine sanfte Rückbeuge nach oben. Ausatmen. Lass dir Zeit kommen wieder zurück nach unten. Ein paar Mal einatmen. Nach vorne hochheben. Eine Rückbeuge. Ausatmen. Nach unten ablegen. Und dann im Fluss. Und dann verlängere für die nächsten beiden Runden die Ausatmung. Lass dir Zeit. Mit dem nächsten Einatmen kommen die Cobra. Roll die Schultern zurück. Roll dein Becken zurück. Ausatmen. Schieb dich zurück in den Hund. Und dann komm wieder an. Zieh mit dem Einatmen die Füße und Hände aufeinander zu. Stell dir vor, die Unterlage unter dir schiebst du zwischen Händen und Füßen zusammen. Ausatmend. Streck dich. Nochmal. Einatmend. Beine und Füße aufeinander zuziehen jeweils. Ausatmen. Einatmen strecken. Einatmen. Hebe dein rechtes Bein nach oben. Ausatmend. Tritt dir mit dem Fuß nach vorn. Einatmen. Streck dich. Schieb die Felsen nach hinten. Gib dein Brustbein nach vorn. Schau nach vorn. Ausatmen. Lass dein Becken etwas tiefer sinken. Einatmen. Füße aufeinander zuziehen. Die Matte jetzt quere falten. Becken heben. Ausatmend. Becken sinken lassen. Zieh die Füße voneinander weg. Einatmend. Zieh die Füße zueinander. Heb dein Becken höher. Ausatmend. Lass die Schwerkraft wirken. Lass dein Becken tiefer sinken. Nochmal. Einatmend. Füße aufeinander zuziehen. Becken etwas höher heben. Ausatmend. Das Becken erden. Jetzt wechsel mit der rechten Hand nach innen. Und komm mit dem rechten Fuß mindestens eine Fußbreite weiter nach außen. Und dann setz dein linkes Knie an der Unterlage ab. Gut. Und im Einatmen den vorderen Fuß und das hintere Knie aufeinander zuziehen. Kraft spüren. Ausatmend. Entspannen. Das Becken tief sinken lassen. Nochmal. Einatmend. Fuß und Knie aufeinander zuziehen. Becken ein bisschen nach oben heben. Ausatmend. Entspannen. Becken erden. Und dann bleib hier. Einatmen. Und in Ruhe ausatmen. Nach unten. Wenn du das Gefühl hast, du magst tiefer eintauchen, dann kannst du mit den Händen weiter nach außen krabbeln. Die Ellenbogen nach außen beugen. Mit dem Oberkörper an der Innenseite des rechten Beins nach unten sinken. Und atmen. Immer mit dem Ausatmen vom Becken durch die Beine, durch die Füße nach unten erden. Und wenn du Blöcke zur Hand hast, kannst du sie unter die Schultern orientieren und die Unterarme darauf ablegen. Und wenn das zu tief ist, dann leg die Blöcke einfach höher oder baue den Stapel größer. Und wieder ankommen und atmen. Und wenn du merkst, es geht noch weiter, dann leg die Blöcke flacher oder leg sie zur Seite. Und komm so auf die Unterarme. Und noch mal tief atmen. Und dann komm mit der rechten Hand wieder aufgestützt an. Du den linken Arm so, dass der Unterarm parallel zu dir nach vorn kommt, also Ellenbogen nach links zeigt, die linke Hand nach rechts zum Fuß zeigt. Stütz die rechte Hand auf dein rechtes Knie. Drück da ein bisschen mit der Hand auf das Knie drauf. Jetzt aktive die Bauchmuskulatur, schließe den Beckenboden. Und dann drehe den Oberkörper, den Brustkörper nach rechts auf. Zieh im Einatmen den vorderen Fuß und das hintere Knie näher zueinander. Hebe die linke Seite deiner Hüfte etwas höher. Ausatmend Erde beide Seiten des Beckens und der Hüfte nach unten. Noch mal einatmen, linke Hüfte etwas höher ziehen. Und rechte Hüfte zurückschieben und ausatmend Oberkörper drehen. Wenn die rechte Schulter über der linken Schulter angekommen ist, dann kannst du den rechten Arm nach oben ausstrecken. Einatmen dich hochziehen. Ausatmen nach unten erden. Dann löse wieder auf mit den Händen zurück. Stütz dich nach oben. Und nimm gern einfach die Blöcke mit. Greif sie dir. Und jetzt schieb dein Becken zurück. Und wandere mit dem rechten Fuß weiter vor. Vielleicht magst du den Fuß flach lassen oder ihn anwinkeln und nur auf der rechten Ferse sein. Das würde dann die Beinrückseite deutlicher strecken. Die Hüfte schiebt zurück. Und die rechte Ferse krabbelt nach vorn. Die Blöcke gerne als gute Höhe, auf der du dich aufstürzen kannst. Jetzt zieh ganz sanft, nicht mit viel Gewalt, nicht mit viel Kraft, nur wirklich sanft. Die vordere Ferse ein Stück zu dir ran. Dann ganz so behutsam spannt die Beinrückseite sich in etwas Kraft. Und jetzt tauch in die Dehnung ein. Wenn du mehr magst, dann nimm die Stützblöcke etwas tiefer. Atme ein, heb den Brustkorb nach vorn und atme aus. Entspann dich nach unten mit dem Oberkörper. Einatmen, zieh dich nach vorn. Während das Becken zurückschiebt, zieht der Brustkorb nach vorn. Und ausatmen, sinkt der Brustkorb etwas tiefer. Nochmal einatmend, die Flanken langziehen. Becken nach hinten schieben, Brustkorb nach vorn. Ausatmen, Brustkorb nach unten schmelzen lassen. Wenn du mehr möchtest, dann krabbel mit dem hinteren Fuß und dem hinteren Knie etwas weiter zurück. Und tauch mit dem Becken zwischen den Beinen tiefer nach unten ein. Und mach es für dich freundlich. Nicht das Maximum probieren, sondern immer dort, wo du gut ankommst. Immer dort bist du. Und atmen. Und komm langsam wieder zurück. Du kannst dir gerne beide Hände nach innen bringen. Die rechte Ferse ein Stück ranziehen. Und in den Vierfüßler auflösen. Gut, dann nutze Bewegungen. Und komm für einen Moment in den Fersensitz oder einen vergleichbaren Sitz deiner Wahl. Und spür nach. Komm wieder zurück in den Vierfüßler und in den abwärts schauenden Hund. In den Rücken einatmen, in den Auffächern, in die Länge strecken im Ausatmen. Erde dich wieder nach unten. Drück also die Hände kräftig in den Boden und lass die Fersen schwer werden. Zieh einatmend die Hände zusammen, aufeinander zu, genauso wie die Füße. Ausatmen, streck dich noch einmal richtig weit auseinander. Einatmen, heb dein linkes Bein hoch. Ausatmen, setz den Fuß nach vorne. Einatmen, zieh die Füße sanft aufeinander zu. Zieh die Beinmuskulatur Richtung Becken, heb dein Becken. Ausatmen, lass die Füße auseinander gleiten. Sink mit dem Becken Richtung Erde. Und das immer wieder neu. Noch einmal einatmen, Füße zueinander ziehen, Becken etwas höher heben. Ausatmen, das Becken nach unten erden. Und dann senk dein linkes Knie, dein rechtes Knie nach unten bitte. Noch einmal einatmend, vorderen Fuß und hinteres Knie aufeinander zuziehen. Und ausatmen, auflösen. Dann die linke Hand nach innen, linker Fuß ungefähr eine Fußbreite nach außen. Einatmen, Fuß und Knie zueinander ziehen. Becken ein bisschen heben. Und ausatmen, lass das Becken schwer werden. Gleite mit dem vorderen Fuß nach vorn, dem hinteren Knie nach hinten. Einatmen, zieh alles wieder zueinander und hoch Richtung Becken. Und ausatmen, entspannen vom Becken durch die Beine, durch die Füße in die Erde. Nochmal, einatmen, von den Füßen, die Beinmuskeln hoch zum Becken ziehen. Ausatmen, vom Becken durch die Beine in die Füße erden. Und dann kannst du entscheiden, magst du hier bleiben. Magst du ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper eintauchen, dann krabbel mit den Händen etwas weiter auseinander. Beug die Ellenbogen nach außen. Dann sinkt der Oberkörper am linken Bein und dessen Innenseite nach unten. Beug die Aufmerksamkeit nach innen. Was passiert? Was fühlt dein Körper? Möchte ihr mehr, dann nutzt gerne die Blöcke unter den Schultern und bring die Unterarme auf die Blöcke. Und auf der Seite eine gute Höhe mit den Unterlagen unter dir. Und atme immer wieder nach unten aus. Und für die, die sehr beweglich sind, können vielleicht auch direkt auf die Unterlage, auf die Yogamatte kommen. Egal ob du auf der Matte direkt bist oder auf einer Unterlage, auf einem Block, bring den rechten Unterarm parallel zu dir. Das heißt, die rechte Hand zeigt zum linken Fuß. Gut, stütz die linke Hand auf dein linkes Knie und drück da so ein bisschen auf das Knie drauf. Dann aktive den Beckenboden, spann die Bauchdecke sanft an und dreh dich mit dem Brustkorb nach links auf. Einatmen, die rechte Hüfte etwas heben, ausatmen, beide Hüften gleichmäßig nach unten sinken lassen. Und wenn die linke Schulter über die rechten ist, dann könntest du den linken Arm nach oben ausstrecken und dich einatmend hochziehen und ausatmend nach unten erden. Einmal einatmen und in Ruhe ausatmen, bring die Hand zurück und richte dich auf. Nutz gleich die Blöcke und wenn du die Beckenaußenseiten, also Hüften, etwas zurückschiebst Richtung rechte Ferse, kann die linke Ferse und der linke Fuß weiter nach vorn laufen. Wir wollen also die Beinrückseite hier strecken. Und wenn du den Fuß lang lässt, dann dehnst du ein bisschen mehr die Vorderseite, also den Fußrücken. Wenn du den Fuß ran ziehst und die Ferse weg schiebst, dann gehst du deutlich mehr in die Verlängerung der Beinrückseite. Die Taillen verlängern, wenn du einatmest und wenn du ausatmest, dann borg dich ganz sanft nach vorn Richtung Bein. Einatmen, Hüfte schiebt Gefühl zurück, der Brustkörper strebt nach vorn und ausatmen, der Brustkörper sinkt dann wenig tiefer. Und wenn du mehr magst, dann krabbel mit dem hinteren Fuß weiter zurück oder schieb die vordere Ferse weiter weg. Nehmen wir also in den Weg zum Halten-Grätsche, Ardha-Anumanasana. Und immer atmen. Noch einmal tief durchatmen. Und dann komm langsam wieder zurück, meine linke Hand nach innen, zieh den vorderen Fuß langsam zu dir ran und komm zurück in den Vierfüßler. Nutze kleine Bewegungen. Und wechsel zum Fersensitz oder einem anderen gemütlichen Sitz und spür nach. Was passiert im Körper jetzt? Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler bitte und in den abwärts schauenden Hund. Wieder einatmend den Rücken auffüllen, ausatmend strecken, die Hände und Füße erden. Tief atmen. Einatmend, heb dein rechtes Bein hoch, ausatmend, setz den Fuß vorn auf. Einatmend, heb den Brustkorb nach vorn, schieb die linke Ferse zurück. Ausatmend, hol den linken Fuß nach vorn in eine Vorbeuge, Uttanasana. Einatmend, Ardha-Uttanasana, die halbe Vorbeuge. Ausatmend, die ganze Vorbeuge nach unten, schieb die Innenseiten der Oberschenkel zurück. Einatmend in die Hocke aufrichten und ausatmend in den Stand kommen. Du brauchst jetzt zwei Yoga-Blöcke vor dir, am besten aufrecht, also hochkant aufgestellt. Dann komm nach vorne an die Yoga-Blöcke, lass den linken Fuß vorn und mach mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück. Den Schritt zurück nicht besonders groß, sodass du ganz bequem hinteres Bein einwärts drehen, mit den Zehen nach vorn zeigen kannst und gleichzeitig die hintere Ferse noch gut nach unten erden kannst. Wenn das nicht geht, dann ist meist die Schrittstellung ein bisschen zu groß, dann hol den hinteren Fuß ein Stück wieder ran. Und wenn du die Füße siehst, dann nicht in einer Linie, sondern wirklich versetzt voneinander weg. Das schafft dir nicht nur ein bisschen mehr Grundstabilität zum Boden, sondern auch die Möglichkeit, dass du deine Hüfte nach vorn parallel ausrichten kannst. Also wenn du jetzt die Hände an die Hüfte bringst, meist ist dann die linke Hüfte etwas weiter vor, dann korrigiere das und zieh die rechte Hüfte mit nach vorn. Zieh die Kniescheiben sanft nach oben, zieh die Beinmuskulatur hoch zum Becken und dann Erde vom Becken durch die Beine, die Füße in den Boden. Einatmen, die Beinmuskulatur hochziehen, verlängere die Flanken, die Taille, wachse mit dem Brustkorb nach oben, ausatmen, Erde nach unten. Nochmal einatmend, die Flanken lang machen, die Schultern locker, den Scheitel heben, ausatmen, neig dich nach vorn mit einem langen Rücken. Einatmen, die Hüfte zurückschieben, besonders die linke Hüfte, Brustbein nach vorn ziehen, ausatmend, ein bisschen mehr in die Länge entspannen. Nochmal einatmen, die Flanken verlängern, den Brustkorb nach vorn ziehen, während das Becken zurückschiebt und ausatmend, dann bring die Hände nach unten auf die Blöcke, Blöcke unter die Schultern. Wenn das zu tief ist oder zu hoch ist mit den Blöcken, dann justier bitte nach. Wir sind in Parthanasana, einatmend, die hintere Ferse in den Boden schieben und das Brustbein nach vorn ziehen, ausatmend mit langem Oberkörper, ein wenig tiefer sinken, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und je nach Möglichkeit, wenn die Rückseite und die dehnenden Strukturen sich angepasst haben, dann kannst du natürlich auch noch nachjustieren. Blöcke tiefer bringen. Nochmal linke Hüfte zurückschieben, rechte Ferse erden und bei dem Oberkörper lang in den Flanken nach vorn eintauchen. Und den vorderen Fuß als Anker, schieb den nach vorn runter in den Boden und zieh dich nochmal zurück. Linke Hüfte zurückschieben. Einatmen, Flanken lang machen und ausatmen, Oberkörper entspannen. Einatmen, komm langsam wieder höher, spann die Bauchdecke an, beug dein vorderes Knie, die Hände an die Hüfte und dann komm langsam hoch. Und Schritt vor zum Stand. Der Seitwechsel, rechter Fuß vorn, linker Fuß, kleinen Schritt zurück. Dann justiert es so für dich bitte, dass die Füße nicht in einer Linie sind, sondern deutlich versetzt sind. Hinteres Bein möchte neutral nach vorn zeigen. Die Beine strecken sich, schieb die hintere Ferse tiefer in die Unterlage. Dann zieh die Beinmuskulatur etwas nach oben zum Beckenbereich. Und dann Erde vom Becken durch die Beine, die Füße nach unten, drück die kräftig in die Unterlage. Nochmal einatmen, Beinmuskeln Richtung Becken ziehen, Oberkörper entspannen, Flanken lang. Ausatmen, nach unten in den Boden drücken. Nochmal einatmen, nach oben wachsen, lange Flanken, entspannte Schultern. Ausatmen, kipp dein Becken nach vorn mit einem langen Rücken. Wenn du hier ankommst, dann einatmen, rechte Hüfte zurückschieben, Brustbein nach vorn ziehen, ausatmen, in die Länge entspannen. Immer mit dem einatmen, Becken zurückschieben, Brustkorb nach vorn ziehen, ausatmen, nach unten entspannen. Einmal einatmen, lange Flanken, lange Taille, ausatmen, die Hände an die Unterlage. Und sortiere diese Seite für dich nochmal gut nach. Einatmen, lange Flanken, rechte Hüfte zurückschieben, ausatmen, den Oberkörper weicher werden lassen. Erde immer wieder vom Becken durch die Beine in die Füße, in den Boden. Und dann kannst du gerne nachjustieren, wenn du das Gefühl hast, dass die dehnenden Strukturen sich daran gewöhnt haben. Und dann schieb beide Oberschenkelinnenseiten nach hinten. Und nochmal einatmen, Rücken verlängern, ausatmen, nach unten entspannen. Drück jetzt den rechten Fuß kräftig nach vorn runter an den Boden, zieh dich nochmal zurück mit der rechten Hüfte, schieb die linke Ferse tiefer. Atme ein, streck dich nach vorn und atme aus, spann die Bauchdecke an, beug dein vorderes Knie und dann komm langsam wieder nach oben. Zurück in die Aufrichtung, nach vorn in den Stand. Einatmend die Hocke, Utkatasana, Knie beugen, Oberarme heben, Oberkörper aufrichten. Ausatmend die Vorbeuge, Utkatasana, entspann den Oberkörper. Lass die Schultern nach unten gleiten. Entspann den Nackenbereich. Verlängere die Ausatmung, lass dich nach unten schmelzen damit. Einatmend die halbe Vorbeuge, schieb die Innenseiten der Oberschenkel zurück, ausatmend die ganze Vorbeuge. Oberkörper entspannen. Einatmend, rechten Fuß einen großen Schritt zurück machen, ausatmend, linker Fuß nach hinten zum Hund. Einatmend, der Katzenbuckel, dann der Pferderücken, ausatmend das Kind. Einatmend, nach oben, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmend der abwärtsschauende Hund. Einatmend, heb die Fersen, streck die Beine so gut es geht, schieb die Innenseiten der Oberschenkel zurück, ausatmend, senk die Fersen und schieb dein Becken nach hinten hoch, streck den Rücken. Nochmal einatmend, Fersen heben, Beine durchstrecken, ausatmend, Beine langlassen, Fersen senken und Becken hochschieben, Rücken strecken. Einatmend, rechtes Bein heben, ausatmend, rechter Fuß nach vorne. Einatmend, richte dich im Oberkörper auf, lass das Becken sinken, ausatmend, linker Fuß einen Schritt nach vorne, die Vorbeuge. Einatmend, die halbe Vorbeuge, ausatmend, die ganze Vorbeuge nach unten. Einatmend, über die Hocke auftauchen, ausatmend, die Hände zum Herzen und an die Seite. Und dann komm wieder an dem Stehen, lass den linken Fuß vorn, mach mit dem rechten Fuß einen Schritt zurück. Die Schrittstellung nicht wieder ganz so groß, so ähnlich wie vorhin auch. Und die Füße etwas weiter auseinander, so Hüftgelenkbreit ungefähr, also nicht in einer Linie. Hinteres Bein ist neutral nach vorn ausgerichtet, Zehen zeigen nach vorn. Hinteres Bein, hintere Ferse drückt nach unten, die Beine gestreckt, ohne wirklich einzurasten in den Knien. Lange Beine also. Einatmend, Oberkörper nach oben aufrichten, die Flanken lang machen. Ausatmend, nach unten erden. Nochmal einatmend, Oberkörper aufrichten. Lange Flanken, ausatmend, Becken nach vorn kippen. Einatmend, wieder die Flanken verlängern, zieh das Brustbein nach vorn. Ausatmend, bring die rechte Hand jetzt auf den Block. Rechter Block unter der rechten Schulter. Linke Hand noch in der linken Hüfte, schieb die linke Hüfte zurück, sodass die linke Hüfte parallel zur rechten kommt. Einatmen, den Rücken verlängern. Ausatmen, die Bauchmuskulatur sanft anspannen und den Beckenboden schließen. So, einatmen, nach vorn wachsen mit dem Rücken. Ausatmen, dreh den Oberkörper langsam nach links auf. Wir gehen jetzt in das gedrehte Dreieck, Parivita Trikonasana. Die Bauchmuskulatur ist aktiv, Beckenboden ist aktiv und der Oberkörper, der Brustkörper fließt nach links in die Drehung. Du kannst die rechte Hand auch tiefer setzen. Du kannst den Block weiter zum linken Fuß bringen, wenn du möchtest, an der Innen- oder Außenseite. Je nach Wunsch, je nach Flexibilität. Und noch mal ein Rücken. Und wenn die linke Schulter über der rechten angekommen ist, dann streck den linken Arm nach oben aus. Und atme in die Drehung. Einatmen, wachsen. Ausatmen, nach unten erden. Und langsam wieder auflösen. Und aufrechten. Und einen Schritt vor. Mit dem linken Fuß einen Schritt zurück. Ich finde das einmal an einer Grundposition. Das heißt, die Füße sind nach vorn ausgerichtet. Die Schritt weiter so, dass du ganz bequem die hintere Ferse noch erden kannst. Die Füße nicht zu einer Linie, sondern versetzt. Und dann atme ein, richte dich auf nach oben, verlängere die Flanken, entspann die Schultern und den Nacken. Atme nach unten aus. Und finde Erdung und Ruhe. Noch mal einatmen, nach oben wachsen. Ausatmen, kipp dein Becken nach vorn. Einatmen, verlängere die Flanken, strecke den Rücken nach vorn, ziehe den Brustkorb nach vorn. Ausatmen, spann sanft die Bauchdecke an und den Beckenboden. Noch mal einatmen von dieser Kraft, strecken nach vorn. Und ausatmen, die linke Hand auf den Block, den Block unter die linke Schulter erst mal. Und rechte Hand bleibt an der Hüfte und schiebe die rechte Hüfte zurück. Gefühlt ist die Hüfte parallel ausgerichtet nach vorn. Wieder mit dem Ausatmen, die Bauch der Gesamtspann und einatmend dreht sich der Brustkorb nach rechts. Rechte Schulter fließt zurück. Und hier ankommen und atmen. Und verwurzel die Füße kräftig in den Boden. Und je nachdem, wie flexibel du heute bist, kannst du linke Hand unter der Schulter lassen oder den Block mehr an die Innenseite des rechten Fußes setzen. Oder manche können sogar den Block an die Außenseite des rechten Fußes setzen. Auch die Höhe deutlich variieren. Ohne, dass jetzt der Brustkorb wirklich relevanter, tiefer unter dem Becken ankommt. Eher so, dass es auf einer Höhe ist. Also Becken und Brustkorb einer Höhe. Noch einmal atmen und drehen. Und wenn die rechte Schulter bei der linken angekommen ist, dann streck den rechten Arm nach oben. Und erde dich immer wieder mit der Ausatmung. Verlänge sie dafür. Noch einmal einatmen, wachsen und ausatmen. Löst bitte wieder auf. Erst zurückdrehen, die Hände an die Hüfte und langsam aufrichten. Ein Schritt vor. Einatmen, breite die Arme über die Seite nach oben aus. Ausatmen, bring die Arme zurück, beug die Knie, kommen die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, kommen die halbe Vorbeuge. Während der Brustkorb nach vorn schiebt, schieben die Innenseiten der Beine zurück. Ausatmen, entspannen dich nach unten. Einatmen, setz den linken Fuß einen Schritt zurück. Ausatmen, komm mit dem rechten Fuß nach hinten in den Hund. Komm hier an. Einatmen in den Rücken, ausatmend in den Boden erden. Einatmen, hier dein rechtes Bein. Ausatmen, schwing den Fuß nach vorn. Und drehe das hintere Bein auswärts, sodass die Zehen nach außen weg zeigen. Beug dein rechtes, dein vorderes Knie angenehm. Und schau, dass es wirklich in der Verlängerung des Fußes sich nach vorn neigt, nach vorn beugt. Bring die rechte Hand ein Stück nach innen, an die Innenseite des rechten Fußes. Immer noch das Knie nach außen anlehnen und nach vorn beugen. Und während du das machst, sink das Becken tiefer. Jetzt lauf in den Händen ein paar Schritte nach links. Erinnere dich auch noch einmal daran, dein rechtes Knie nach außen anzulehnen, nicht nach innen mitzunehmen. Und es nach vorn zu beugen. Dein Becken kann etwas tiefer sinken. Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, dann krabbel mit den Händen weiter weg. Schieb dein Becken zurück nach hinten. Und erlaube dem Herzen, dass es Richtung Erde schmilzt. Und erlaube dem Herzen, dass es Richtung Erde schmilzt. Und dann komm wieder zurück. Jetzt streck dein rechtes Knie. Dreh beide Beine so, dass die Füße parallel kommen. Komm in der Mitte zwischen den Beinen an. Und wandern nach links. Dreh das linke Bein auswärts. Und beug dein linkes Knie. Ein rechtes Bein zeigt mit der Außenseite ungefähr parallel von dir weg. Bringst dir die Hände an die Innenseite des linken Fußes. Dann winkel dein linkes Knie an, sodass dein Becken etwas tiefer sich setzen kann. Nutzt die Ausatmung dafür. Und gib der Schwerkraft nach. Und dann lass dein linkes Knie außen angelehnt und wandern mit den Händen wieder ein Stück zurück nach rechts. Schieb deine Hüfte nach hinten weg. Und erlaube, während die Hände nach vorne weglaufen, die Flanken sich verlängern, erlaube deinem Herzraum, etwas entspannter und tiefer Richtung Erde zu schmelzen. Dann lauf diesmal wieder zur Mitte. Streck das linke Knie und drehe die Beine so, dass sie wieder mit den Außenkanten parallel zueinander zeigen. Stütz die Hände an die Taille und komm langsam hoch. Finde ich hier eine deutliche Grätsche, die gleichzeitig nicht so sehr die Innenseiten der Beine jetzt schon dehnt. Also nicht maximal weit nach außen, sondern eher angenehm. Für manche bietet es sich an, die Arme auszustrecken und mal zu schauen, ob die Hände über den Füßen sind. Das ist so ein gutes Mittelmaß. Aber in Summe ist es immer abhängig davon, wie beweglich die Hüftgelenke sind und wie flexibel die Innenseiten der Oberschenkel dehnen können. Und dann bringst du zunächst die Hände an die Hüfte. Spann die Beinmuskulatur sanft an, ziehe sie Richtung Becken, schließ den Beckenboden, spann sanft die Bauchdecke an, verlängere die Flanken. Wachst mit den Schultern nach oben und dann Erde wieder zurück nach unten in den Boden. Noch mal einatmen, den Oberkörper mit langen Flanken aufrichten. Ausatmen, die Füße erden. In Ruhe einatmen, nach oben streben. In Ruhe ausatmen, das Becken nach vorn kippen. Dann schieb einerseits die Hüftgelenke nach hinten weg, zieh die Sitzbeine nach hinten und hoch. Und streb andererseits mit dem Brustkörper und dem Brustbein weiter nach vorn. Wenn jetzt die Yoga-Blöcke nicht weit weg sind, dann schnapp sie dir nochmal und stütz dich auf ihnen auf, unter den Schultern. Dann kannst du die Schrittstellung nochmal justieren. Einerseits das Becken nach hinten schieben, andererseits die Sitzbeine hochziehen. Dann spannt sich nochmal deutlich was in den Beinmuskeln an, auch in der Rückseite. Und dann lass die Flanken lang werden, streb mit dem Scheitel nach vorne in den Raum vor dir. Atme dafür ein und atme aus und entspann dich. Und wenn du angekommen bist und nachjustieren möchtest, dann gerne eventuell die Blöcke etwas tiefer. Immer je nach Möglichkeit, die für dich sich gut anfühlt, die nicht von außen dir die Vorstellung bringt, wie es perfekt sein sollte in einer idealen Welt, sondern wirklich wie es sich innerlich anfühlt. Und was fühlt dein Körper? Wohin geht er jetzt? Wohin führt dich die Atmung? Und es kann sein, dass sie dich ausatmend noch tiefer führt. Dann verneig den Oberkörper, orientier die Ellenbogen mehr nach hinten und lass den Scheitel mit dem Kopfraum Richtung Erde sinken. Ausatmen nach unten, Erden. Verlängere dafür die Ausatmung. In Ruhe einatmen und feiner und länger ausatmen. Und dann komm langsam wieder zurück nach vorn. Richte den Oberkörper wieder parallel zum Boden aus. Spann die Bauchdecke ein wenig an. In die Hände, an die Hüfte und tauch mit langem Rücken wieder nach oben auf. Aus Prasarita Padottanasana. Und dann komm mit den Füßen und Zähnen mehr und mehr zueinander. Bis du wieder im Stand angekommen bist. Lass uns vorne im vorderen Teil deiner Unterlage treffen. Wir haben jetzt eine sehr deutliche Dehnungsspannung der Beinmuskulatur. Und die lösen wir jetzt für einen Augenblick lang etwas mehr auf mit der Hock. Also wir gehen kontrastierend aus der Dehnung wieder in die Muskelspannung und die Kraft. Und ziehen dadurch die Dehnung wieder raus aus den Muskelfasern. Gut. Vorderen Teil deiner Yogamatte. Beug die Knie etwas. Finde eine gute Hocke, eine gute Höhe mit dem Becken. Hebe die Arme einatmend an. Und komm ausatmend mit dem Becken ein bisschen tiefer. Jetzt stell dir vor, du ziehst die Füße zueinander. Oder ziehst die Beine aufeinander zu. Als würdest du mit den Füßen die Matte unter dir zusammenschieben. Umschieben. Einmal einatmen, Oberkörper heben, Arme strecken. Ausatmen, bring die Hände zum Herzen. Erde dich nach unten mit dem linken Fuß. Und jetzt ganz in Ruhe die Arme erstmal lösen an die Hüfte. Jetzt kommt der rechte Außenknöchel auf den linken Oberschenkel. Ganz in Ruhe. Rechte Außenknöchel, gern nachhelfen hier. An den linken Oberschenkel setzen. Vielleicht so Übergang, Oberschenkel, Bauch, Richtung Knie, Kniegelenk. Gut. Jetzt die linke Hand an die Fußsohle, rechte Hand an das Knie. Jetzt stell dir vor, du komprimierst die Hände, du schiebst sie aufeinander zu. Du drückst also das Schienenbein etwas deutlicher zusammen. Einatmen, Flanken nach vorn verlängern, Hüfte ein Stück zurückschieben. Ausatmen, vorderes Knie angenehm beugen. Und atmen. Entweder hier bleiben oder mal für einen Moment, für einen Versuch in die Vorbeuge eintauchen, nach unten. Vielleicht hast du die Yoga-Blöcke unter dir. Einatmen und entspannt ausatmen. Das vordere Knie beugen. Ganz langsam Oberkörper wieder aufrichten. Und auflösen. In den Stand bitte. Gut. Die Hocke, Utkatasa, die Knie beugen. Rechten Standfuß gut verwurzeln, gut erden. Das ist auch eine Frage des Geistes. Also sind die Gedanken, die dich beschäftigen, da oder kannst du sie lösen und wirklich in diesem Moment dich verbinden mit dir selbst und mit der Erde. So, Knie gebeugt. Jetzt kommt der linke aus dem Knöchel an den rechten Oberschenkelansatz. Linke Hand zum Knie, rechte Hand zur Fußsohle. Und dann komprimiere die Hände zueinander. Also drück das Schienbein zusammen. Und atme. Hüfte ein bisschen nach hinten wegschieben. Das Brustbein etwas heben. Und das vordere Knie angenehm beugen. Dann schau, dass es wirklich nach vorn neigt und nicht nach innen beugt. Und nach unten ausatmen. Erden. Auch hier optional. Noch einen Moment hier bleiben. Oder in eine Vorborge kommen. Die Hände Richtung Boden oder Richtung Blöcke unter dir. Einatmen und ganz lang, weich ausatmen Richtung Erde. Und dann langsam wieder aufrichten. Ganz fokussiert, ganz konzentriert. Und auflösen. Einatmen, nach oben in den Stand aufrichten. Ausatmend in die Vorborge, eintauchen nach unten. Einatmen, rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Ausatmen, linker Fuß nach hinten und zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel. Den Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Und dann verweile hier einen Moment. Ganz bequem, ganz gemütlich. Vielleicht so, dass du die Knie etwas nach außen und die großen Zähne zueinander bringst. Und dann erde dich. Und beobachte die Räume der Atmung. Und dann komm bitte in den Sitz. Und bring die Füße nach vorn. Und dann schüttel die Beine ganz gelöst und ganz locker aus. Gut. Ich bitte dich jetzt, die Füße wieder aufzustellen und die Fußsohlen zueinander zu bringen, um deine Knie nach außen zu öffnen. Manchmal wird es gemütlicher, wenn du dir erlaubst, dass du mit dem Becken höher kommst. Also dann nutze gerne dein Sitzkissen. Und für manche von uns ist es wahrscheinlich auch gut, etwas unter die Oberschenkel zu polstern oder zu stützen. Du kannst gerne die Fußgelenke greifen, den Oberkörper nach oben aufrichten. Und dann lass dein Becken schwer werden. Atme in den Raum des Beckens. Und wenn du jetzt merkst, dass der untere Rücken eher nach hinten wegschiebt, du also nach hinten rund ist, dann arbeite in diesem Teil der Yoga-Praxis daran, das Becken eher nach vorn auszukippen. Also von der Idee her, an den vorderen Teil, also vor die Sitzbeine zu wechseln mit dem Becken. So dass der untere Rücken eher natürlich etwas mehr Länge bekommt oder gar eine kleine Lordose, oder ein kleines Hohlkreuz macht. Diejenigen von uns, die das haben, das Gefühl, dass der untere Rücken lang oder sogar in einer kleinen Lordose und diesem kleinen Hohlkreuz ist, die können sich erlauben, mit dem Becken auch tiefer zu kommen. Direkt auf die Yogamatte, dann das Becken wieder schwer werden lassen, nach unten ausatmen und nach oben einatmen, mit langen Flanken, einer langen Talie. Wenn jetzt vom Gefühl her die Innenseiten der Oberschenkel sehr fest sind, dann hilft es, die Füße etwas nach vorn zu bringen. Dann nimmst du deutlich die Dehnungsspannung aus den Innenseiten heraus. Und diejenigen, die noch flexibler sind als ich, die können gern noch nach vorn laufen und sich nach vorn legen. Gut, dann komm langsam wieder nach oben und jetzt in Sukhasana, dem glücklichen oder leichten Sitz, bitte ich dich, die Schienenbeine zu kreuzen und zwar mit dem linken Schienenbein vorn. Also einfach die Schienenbeine kreuzen, wenn du magst, dann mit dem Becken ein bisschen höher, dann wird das Ganze leichter. Besonders dann, wenn du das Gefühl hast, dass jetzt die Knie deutlich über den Becken, also Hüftgelenken angekommen sind. Also ein bisschen höher ist okay für die Knie, aber wenn du jetzt sehr deutlich über den Knien oben bist, dann empfehle ich dir, das Becken etwas höher zu nehmen. Okay, dann komm hier an. Du kannst, wenn du magst, die Gesäßmuskulatur nach hinten und außen wegziehen, also mehr Raum zwischen den Sitzbeinen kreieren. Und dann lass dein Becken in diesen Raum nach unten sinken mit der Ausatmung. Und verlängere die Flanken und den Oberkörper mit der Einatmung. Wenn sich das jetzt für dich sehr leicht und zufrieden anfühlt und du etwas weiter gehen möchtest, in diesem zufriedenen Gefühl, aber doch mit einer Erfahrung des Vertiefens, dann bring die Hände weiter vor. Und lauf nach vorne und leg dich langsam nach vorne Richtung Erde. Und dann schau, wie es für dich ist. Manchmal ist es schön, einfach jetzt so einen Block zu nehmen und die Stirn darauf abzulegen. Und egal wo du jetzt bist, an welcher Stelle, komm dort an und finde eine Art inneren Frieden, eine innere Gelassenheit mit der Ausatmung. Denn genau dort, wo du jetzt bist, ist es für dich gut. Entspann mit der Ausatmung den Raum des Beckens, besonders den Raum der Hüftgelenke. Und beurte mit deinem inneren Kontakt, wo du auch noch Spannung loslassen kannst. Wo kann sich etwas Festes, etwas Angespanntes lösen und etwas Entspanntes, etwas Sanftes entstehen? Und das ist übrigens nicht nur eine körperliche Frage, sondern auch eine Erfahrung im Geist selbst. Noch einmal tief durchatmen und dann komm langsam wieder zurück. Und dann heben wir den Händen, die Knie ein Stück an, atme ein und atme aus, lass die Knie los. Noch einmal einatmend, Knie heben, ausatmen, loslassen. Ein letztes Mal einatmend, Knie heben, ausatmen, loslassen. Dann wechsel bitte, bring das andere Schienbein nach vorn. Einfach so, dass du ganz entspannt sitzen kannst, die Schienbeine sanft gekreuzt. Das ist schließlich Sukhasana. Und Sukha meint immer etwas mit Leichtigkeit oder Freiheit oder einer inneren Zufriedenheit. Und so darf sich dieser Sitz auch anfühlen. Und das kannst du für dich natürlich noch passend anbauen. Also mit dem Becken höher kommen, etwas unter die Knie polstern. Mal schauen, wie es für dich bequemer wird. Vielleicht die Gesäßmuskulatur nach außen ziehen, um Raum zwischen den Sitzbeinhöckern zu kreieren. Dann lass das Becken dort in diesen Raum ausatmen, schwer werden und sich erden. Und einatmend, richte dich ganz leicht, ganz sanft nach oben auf. Und ein langes, tiefes Ausatmen erdet dich nach unten. Auch hier, wenn du merkst, dass der untere Rücken eher nach hinten wegrundet, dann arbeite daran, dein Becken in der Tendenz etwas nach vorn zu kippen, also vor die Sitzbeine zu kommen. Und dann in einer sehr schönen, sanften Länge dich aufzurichten im Oberkörper. Und wenn du beweglich genug bist, dann kannst du auch daran arbeiten, dich nach vorn zu legen. Und ich nehme da immer gerne einfach so einen Yoga-Block, um den Kopf mit der Stirn darauf abzulegen. Du kannst aber auch natürlich den Ellenbogen zum Boden bringen und den Kopf auf die Hände oder in die Hände legen oder dir einfach etwas anderes suchen. Und wenn du dich zurecht gewuselt und sortiert hast, du eine Haltung, eine äußere Haltung gefunden hast, dann finde auch eine innere Haltung, eine Haltung der Ruhe und Gelassenheit. Und Momente wie diese sind einfach mal schön, Dinge loszulassen, Dinge, die wir im Augenblick nicht brauchen. Das kann eine Spannung im Körper sein, so dass das Körpergefühl weniger fest wird im Lauf der Zeit, sondern weicher und sanfter und durchlässiger. Und dann kann die Atmung sich viel wohler fühlen. Natürlich kann es auch im Geist sein, etwas, das dich beschäftigt, das dich herausfordert, das dir Gedanken fixiert, das auch mal loszulassen. Atme dich in das Hier und Jetzt. In Ruhe einatmen. Und ganz fein und tief ausatmen. Und dann richte dich in Ruhe wieder nach oben auf. Lass die Beine von dir ausgleiten. Und vielleicht magst du sie ausschütteln oder ausklopfen. Dann komm in die Rückenlage bitte. Und stelle hier die Füße auf. Und führ dein rechtes Knie zu dir ran und probier, ob du mit der rechten Hand den rechten Fuß greifen kannst. Das kann die Außenseite sein, das kann der große Zeh sein, das kann der Fuß, das Fußgelenk, also das Sprunggelenk selbst sein. Schau mal, was du gut für dich erreichen kannst. Und jetzt zieh, während die rechte Fußsohle nach oben zeigt, dein rechtes Knie nach unten sinken. Mit dem Einatmen schieb den Fuß ein bisschen hoch. Mit dem Ausatmen lass das rechte Knie nach rechts unten sinken. Mit dem nächsten Einatmen den rechten Fuß ein bisschen höher schieben. Das Bein immer noch deutlich gebeugt. Lass deinen Beckenraum schwer werden. Und jetzt schieb vom Beckenbereich aus das linke Bein am Boden aus. Schieb die linke Ferse weit weg. Und zieh die Innenseite des linken Unterschenkels aktiv nach unten Richtung Erde. Und ausatmen, rechtes Knie wieder ein Stück nach unten ziehen. Einatmen, etwas entspannen. Und immer ist das Becken schwer und der linke Oberschenkel drückt nach unten. Linke Ferse schieb weg. Jetzt streck dein rechtes Bein langsam hoch und greif einfach den Oberschenkel in der Rückseite. Verschränkt da die Finger. Drück den Oberschenkel gegen die Hand und die Hand gegen den Oberschenkel. Einatmen, etwas nach vorn schieben das Bein. Linkes Bein auch wegschieben. Ausatmen, rechtes Bein ein Stück ranziehen. Und wenn du möchtest, dann krabbeln mit den Händen höher. Hebe dafür den Oberkörper an. Vielleicht kannst du Richtung Wade krabbeln oder Richtung Sprunggelenk des Fußes. Und ausatmen, für den Kopf Richtung Bein, Bein Richtung Kopf. Einatmen, etwas lösen. Und nochmal ausatmen, rechtes Bein zu dir ranziehen. Linke Ferse weg, linke Oberschenkel nach unten. Einatmen, etwas lösen. Linke Ferse wegschieben, rechte Ferse wegschieben. Ausatmen, beides wegschieben. Rechtes Bein und Oberkörper ranziehen. Und einatmen, löse auf. Leg dich zurück, stell die Füße auf. Und gerne mal die Beine ausschütteln. Oder das Becken ausklopfen lassen am Boden. Und die Füße aufgestellt. Zieh das linke Knie zu dir ran. Und probier, was du hier greifen kannst mit der linken Hand. Schienenbahn, Fußgelenk, Fußaußenseite oder linker großer Zieh. Einfach, was du so gut erreichst. Rechter Fuß nach aufgestellt. Ausatmen, zieh dein linkes Knie ein Stück nach unten. Einatmen, schieb den linken Fuß etwas nach oben. Und das im Wechsel. Und nochmal ausatmen, linkes Knie nach unten ziehen. Und einatmen, etwas wieder zurück nach oben. Jetzt lass dein Becken schwer werden. Und schieb von hier aus das rechte Bein am Boden nach vorn weg. Schieb die rechte Ferse nach vorn. Und drück die Innenseite des rechten Oberschenkels bewusst und aktiv nach unten. Und wieder im Ausatmen, linkes Knie nach links runter ziehen. Einatmen, linken Fuß ein Stück hoch schieben. Und dann streck langsam das linke Bein und greif den Oberschenkel in die Rückseite. Einfach die Finger dort verschränken. Jetzt beginn den Oberschenkel gegen die Hand nach vorn zu schieben. Und mit den verschränkten Händen ziehst du den Oberschenkel wieder ein Stück zu dir ran. Das Bein möchte sich strecken, die Ferse hoch schieben. Schieb beide Fersen von dir weg. Im Ausatmen, das linke Bein ein Stück näher zu dir ran ziehen. Während das rechte Bein weg schiebt und nach unten drückt. Wenn du magst, dann heb den Oberkörper. Krabbel mit dem linken, am linken Bein entlang nach oben Richtung Wade oder Achillessehne oder Fußgelenk. Und ausatmen, zieh dich zum Bein und das Bein zu dir ran. Und einatmen, löse ein Stück. Noch mal ausatmen, Bein und Oberkörper annähern, während rechte Oberschenkel kraftvoll nach unten drückt. Ein letztes Mal. Und dann löse wieder auf. Stell beide Füße auf, schüttel die Beine aus. Hebe einen Moment das Becken etwas an. Feder und schüttel das Becken in der Luft aus. Und dann senke es zurück zur Erde. Jetzt bringen die Füße deutlich weiter nach außen. Wenn du eine Yogamatte hast, dann vielleicht sogar außerhalb der Yogamatte die Füße aufsetzen. Versetzt dein Becken etwas nach rechts und lass dann die Knie nach links sinken. Bring die Arme zur Seite oder in eine sogenannte Kaktushaltung. Also die Ellenbogen gewinkelt und die Hände zeigen nach hinten weg. Lass dir gut und gemütlich. Spür nach innen. Erlaub dir auch hier mit der Ausatmung überflüssige Kraft und Spannung loszulassen. Finde das Gefühl einer erdenden Ruhe. Und dann komm wieder zurück zur Mitte. Die Füße nach außerhalb der Matte. Becken wieder ein Stück zur Mitte zurück und etwas nach links. Und dann die Knie in Ruhe nach rechts. Komm bequem und entspannt an. Und finde im Ausatmen eine entspannte, erdende Gelassenheit. Noch nicht, das ist ja nicht mit der Grund als nächst. Entstecke ich noch nicht. Dann kann es einfach noch auf dem D armlet. Ich kann es einfach noch nicht überlaufen. Und dann kann das cuộcdrechnung von dem den Bogen sch dropen. Und dann komm wieder hin. Dann kann es einfach noch kurz nach oben, wenn du prächt. Und dann kann es einfach mal wieder etwas darstellen. Rättest du, Okay. Und dann ist das conclusiv. Vielen Dank. Und komm wieder zurück zur Mitte, die Füße wieder Hüft, Gelenk bereit, Becken zurück in die Mitte und dann zieh die Knie ran und umarme sie, umarm dich. Und das Becken kann wieder Gewicht abgeben, kann wirklich satt aufkommen, sich setzen und dann kannst du ganz in Ruhe nach rechts und links schaukeln und dich massieren. Und dann sucht ihr bitte einen Weg nach oben zum Sitzen. Die Variante des Sitzes ist wesentlich die Frage, in welcher du jetzt dich wohlfühlst und bequem sein kannst. Das kann ein Fersensitz sein, das kann ein Schneidersitz sein, Sukhasana oder etwas mehr Richtung Lotus-Sitz. Also Schienbeine nicht nur verschränken, sondern den einen Fuß in die Kniekehle des anderen Fußes bringen. Bequem wird es auch, wenn du mit dem Becken etwas höher kommst. Ja, wenn du einen guten Sitz gefunden hast, dann schließ die Augen. Leg die Hände bequem auf die Oberschenkel oder an die Knie ab. Und bring dort jeweils die Daumen und Zeigefinger zu einem Bogen zueinander. Das ist ein Mudra, ein Chien Mudra, ein Mudra für die Atmung, denn wir gehen einen Schritt jetzt weg von der Körperpraxis hin zur Atmung. Bevor wir das tun, bitte ich dich, den Blick, den inneren Blick zu öffnen, durch deinen Körper zu schauen, zu probieren, was du noch verfeinern, verbessern kannst, hin zu einem lebendig aufgerichteten und bequemen Sitz. Wenn du ihn gefunden hast, dann kann dein Körper, wenn er durchlässig ist und aufgerichtet ist, ein gutes Zuhause werden, in dem die Atmung ankommt. Nimm also wahr, wie du jetzt atmest. Bring die Aufmerksamkeit zur Atmung und ihrem Fluss. Wenn du beobachtest, dass die Atmung beginnt, dass der Atemzug beginnt, dann verlängere ihn. Beginn also im Laufe der Zeit immer tiefer und feiner, eben auch ruhiger und länger zu atmen. Stell dir vor, die Einatmung sich strömt nach oben in den Brustkörb, macht ihn weit, fächert ihn auf und hebt ihn hoch. Die Einatmung richtet dich also auf nach oben, lässt dich wachsen und die Ausatmung fließt zurück nach unten. Der Brustkörb sinkt zurück, die Ausatmung strömt in den Beckenraum und von dort in die Erde. Die Ausatmung lässt dich erden und verwurzeln. Und die Einatmung lässt dich wachsen und lebendig sein. Ich möchte mit dir jetzt die gezellte Atmung anschließen. Das ist ein Grundrhythmus, in dem die Ein- und Ausatmung in ein Verhältnis zueinander kommt. Und zwischen den Atemphasen werden wir kleine Pausen einlegen. Und der Grundrhythmus ist 6 zu 3. Es geht aber auch natürlich, wenn du das selbst praktizierst, in anderen Rhythmen, immer die Grundidee ist, das Verhältnis 2 zu 1. Also beispielsweise 6 Sekunden der Atemzug, 3 Sekunden Pause, 6 zu 3. Oder eben 8 zu 4. 8 Sekunden für den Atemzug, 4 Sekunden für die Pause. Oder 10 zu 5, 12 zu 6 und so weiter. Je nachdem, wie deine persönliche Atmung ist. Wir nehmen für heute den Rhythmus 6 zu 3. Also 6 Sekunden lang einatmen, 3 Sekunden Pause, 6 Sekunden ausatmen, 3 Sekunden Pause. Ich bitte dich, die Atmung wirklich auf diese 6 Zellzeiten zu verlängern. Also die gesamte Zellzeit zu atmen. Und dann die Pause zu erfahren. Wenn du zwischendrin merkst, das ist nicht deins, vielleicht bist du schwanger, dann lass es sowieso weg. Vielleicht wird es eher ungewohnt, vielleicht hast du Kopfschmerz oder wird schwindelig oder Atemnot tritt auf. Dann hör bitte auch auf und finde einfach die Atmung so, wie sie ist, ohne sie zu zählen oder zu lenken. Dann beobachte sie einfach nur. Für den Beginn bitte ich dich, die Atmung wieder zu vertiefen. Beim nächsten Mal tief auszuatmen. Atme fein und lang ein. Und genauso nochmal tief aus. Jetzt 6 Zellteilzeiten langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine kleine Pause. 2, 3 und sanft ausatmen. 2, 3, 4, 5, 6. Eine kleine Pause. 2, 3. Sanft 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Pause. 2, 3, sanft aus. 2, 3, 4, 5, 6. Eine Pause. Sanft 1, 4, 5, 6. 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 5, 6. Sanft 1, 4, 5, 6. Pause. Sanft 1, 5, 6. 5, 6. Sanft ein, fünf, sechs, Pause, sanft aus, fünf, sechs, Pause, sanft ein, Pause, sanft aus, Pause, sanft ein, Pause, sanft aus, und Pause, sanft ein und letzte Runde, Pause, sanft aus, und Pause, sanft ein und lasst die Atmung dann fließen, ohne sie zu lenken oder zu beeinflussen und verändern. Beobachte einfach, wie sie jetzt ist. Beobachte einfach, wie sie jetzt sind, ohne sie zu tun. Dann probiere die Aufmerksamkeit nicht auf die Atmung zu setzen, nicht so, dass du atmest, sondern probiere immer wieder die Aufmerksamkeit in die Atmung zu bringen, das miteinander zu verbinden. Das ist ein Perspektivwechsel. Ich bin es nicht mehr als Person, die atmet, sondern ich werde geatmet. Das ist etwas anderes. Ich atme versus ich werde geatmet. Und schenke dir Zeit, das zu üben. Den Übergang von ich atme zu ich werde geatmet. Und immer wenn dein Geist fragt, wie das nun sein soll, oder wenn er sich ablenken lässt durch Gedanken, dann bring ihn immer wieder zurück, immer wieder zur Atmung. Dann ist er mal da und vielleicht wieder weg und schweift ab, dann immer wieder zurückkommen. Erst zur Atmung und dann lass ihn in die Atmung hinein sinken. Du wirst geatmet. Es atmet dich. Es atmet dich. Du wirst geatmet. Du wirst geatmet. Du wirst geatmet. Es weiss hier, wenn du bei dir vor. Du wirst geatmet. Dann ist er auf, dann bal. Du wirst geatmet. Und das ist er, wenn du wieder auf. Jetzt kannst du in die Atmung. Du wirst geatmet. Du wirst geatmet. Du wirst geatmet. Vielen Dank. Vielen Dank. Du wirst geatmet. Es gibt keinen Atemzug, der dem anderen gleicht, denn sie entsteht aus sich selbst heraus immer wieder neu mit jedem einzelnen neuen Atemzug. Kein Atemzug gleicht dem anderen. Du wirst geatmet, immer wieder neu. Mit diesem doch sehr schönen Gefühl, mit dieser inneren, wunderbaren Erfahrung, bitte ich dich die Sinne wieder etwas mehr in den Körper zu lenken, den Sitz zu spüren, die Erde, die dich trägt, dir für diese Yoga-Praxis Ruhe geschenkt hat, den Raum, der dir diese Praxis ermöglicht hat. Dann bring die Hände bitte vor dem Herzen zueinander und atme tiefer aus. Wenn du einatmest, dann bring die Arme zur Seite. Mach einen Bogen mit den Armen nach oben über den Kopf. Bring ausatmen, die Hände zueinander zur Stirn für die Wahrheit, Wahrhaftigkeit deiner Gedanken, vor den Mund, für die Wahrheit, die du sprichst, vor dein Herz, für die Liebe, die du in dir trägst. Einatmend die Arme öffnen, nach oben ausbreiten und ausatmend die Hände vor die Stirn, den Mund, das Herz. Und wenn du magst, dann schenk dir eine Verneigung vor dir selbst, den Dingen, die dir immer wieder die Yoga-Praxis ermöglichen, die Zeit, die du dir schenkst und die Erfahrungen, die du in der Yoga-Praxis machst. Und dann bitte ich dich wieder an den Sitz, dich aufzurichten, die Augen wieder zu öffnen. Wenn du möchtest, dann schenk dir auch in den nächsten Tagen Zeit für dich und Ruhe für dich. Das kann eine kleine Yoga-Praxis sein oder eine kleine Meditations- oder Atem-Praxis. Manchmal abends, manchmal morgens, manchmal zwischendurch am Tag. Und sei es normal ganz kurz. Aber das sind Momente, die du für dich kreierst. Heute haben wir in diesen Momenten versucht, Spannung loszulassen aus dem Körper. Wir haben mit Dehnungen und Ruhe gearbeitet, haben die Atmung erfahren, sie vertieft und sind in das Gefühl, geatmet zu werden eingetaucht. Und das schenkt vielleicht auch dem Geist ein bisschen mehr Ruhe und Zufriedenheit in einer Welt, die uns herausfordert. Ich danke dir für heute, wünsche dir alles Gute und bis zum Wiedersehen. Ich freue mich. Namaste. Tschüss. 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 Vielen Dank.